Hey Leute, heute zeige ich euch sehr viele Tricks, die auch zum Teil sehr schwer sind. Los geht's! Zweimal um die Welt Der Flamingo Rainbow Flick Und jetzt kommt ein Mix aus zwischen den Knien und den Flamingo. Ah, pack nochmal, warte So, endlich Und jetzt kommen drei Eimel um die Weltarten Und jetzt kommt der Flamingo Schuss So, das war's auch schon wieder. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein Like gebt oder mich abonniert. Tschüss! So, jetzt anschließt einige Jahre hinzu. Weis Richtung de Flamingo Schuss So, dann kommt der Flamingo Schuss So, dann kommt der Flamingo Schuss